So, jetzt das erste Mal die Gäste kommen an den Kreis und Klasse gehalten. Versuchen, wollen da irgendwie die Abwehr auseinanderzureißen, wie das ja sonst immer gerne gemacht wird. Sehr schön gehalten von Antje Walrich. Klasse gehalten von Antje Lenz. Sehr gut gehalten von Antje Walrich. Der Kreis wirklich offen. So, jetzt muss der Abschluss kommen von den Dortmunderinnen. Und wieder eine klasse Parade von Antje Lenz. Aber es zeichnet sich schon das ab, was in der ersten Halse zu sehen war, dass Dortmund sehr, sehr lange Angriffe spielt. Also die nutzen wirklich bisher in diesem Spiel die Angriffszeit eigentlich fast immer komplett aus. Sehr gefähig. Kling rausgeben. Der Arm ist, glaube ich, schon wieder hoch. Und die Parade. Das hat sie wirklich unheimlich toll gemacht. Und klasse Parade von Antje Lenz. Die nächste Parade. Es gibt noch den Ball. Hat Dortmund aber auch Glück gehabt. Ja? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020